da sind wir wieder in mta und wie schon angekündigt fahren wir zum polizeirevier und machen da erstmal vandale ich habe jetzt gedacht wir fahren auf das gelände so wie gesagt haben wir schon mal vier sterne das ist ja voll übertrieben da kommt ja gleich sport und alles ja ist ja witzig und wir haben wir im fall hier ab und wie wir können nicht backen leute einfach erschießen auch gut drive by los geht's alter wie geil die hauen ab ja wir haben einen erlicht alter wir sind so geil alter wir haben jetzt die auto gesprengt komm hau auf komm zieh 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 wir fahren mit dem fagio alter wir verstecken uns doch doch ich habe einen plan ich habe einen plan wir fahren im tunnel ha 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 alter wie geil das war voll das die flüchte des autos kaputt ha 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 scheiße und ich bin mit der m4 auch noch drauf und du mit der mp5 oder hinten kann man gucken war ein bisschen höher alter ich habe keine muni mehr der fahrer gebraucht echte oder ne ich glaube ich nur abgase alter wie krass das war alter wirklich geil geilste folge geilste folge fahr weiter vor fahr weiter vor ich weiß es nicht ich habe auch keine munition mehr wirklich hast du noch du kannst ja mit dem sturmgewehr hinten sitzen hast du dann noch viel munition drin weil ich hätte noch und sturmgewehr sturmgewehr zwei magazine mp5 sehr viele magazine ja ich hatte noch sturmgewehr 200 schuss ja geht nicht kann ich hier vorne nicht auswählen soll ich fahren ja gerne ich kann gar kein drive-by machen das war die sind abgehauen wir haben noch einen polizisten erledigt und das ganze dienstfahrzeug da kommst du nicht durch ja versuch ich sag dir kommst du nicht durch okay oh mein gott das wieder mobil ist durch jetzt balle hinab oh der da oben drauf ja ja okay oh er ist untergefallen weiter vorne weiter vorne weiter vorne geht nass einfach alles auf ich denkst das alter auf alles was ich mit dem fangio mit dem fangio alter ist das niedlich und wir haben keine sterne alter ja das ist eben das aber wahrscheinlich wird jetzt nach uns gesucht ne wenn wir jetzt nix machen das melden die doch der polizei wir haben noch keine sterne aber wenn wir jetzt nix machen dann kommen wir safe wieder davon schätze ich fahr mal zum flughafen fahr zum flughafen alter der ist ja gut ausgestattet fahr zum flughafen fahr zum flughafen wir fliegen mit dem heli weg wenn der schrott ist ist mir sowas von egal es macht dir grad so spaß da sind wir tot warte mal aber du wirst falsch wollen wir nicht noch weiter ja komm ach egal komm bis wir im knast landen los gib Gas los 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 wirst du jetzt total lieb na 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 ja und wie kommen wir dann wieder weg keine ahnung am besten wir verstecken uns am besten dann wieder da unten drin das war doch super in dem tunnel rechts alter das war mega geil mega 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 geil oh drei sterne los geht's wir sollten abhauen ist mir egal ja komm vor einen tunnel vor einen tunnel links runter einfach rechts 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 rechtsÍ hinter uns ok das war keiner links 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 rechts zieh rein Gib Gas gibt Gas und dann da drin kam five career Alter, es laggt. Ja, bei mir auch. Verdammt, was ist denn hier los? Alter, bestimmt mit 3 Sterne bekommt man auch lags noch dazu, kostenlos. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Hier kapieren wir uns. So. Ich mach die eine Seite, du die andere. Ja. Wir sollten ein Auto stellen, so eine Barrikade. Okay, ich gucke nach oben. Was ist besser, MP5 mit Skills oder M4? Keine Ahnung. Kann ich echt nicht beurteilen. Ist das geil hier? Grundmord. Ich bezweifle es, ich glaub nicht. Wenn du dich erdukst, kannst du so rollen, ne? Ja, ich weiß. Links und rechts. Ich könnte dich hier halt mal abscheißen. Komm, wir gehen raus. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Hast du auch Sterne? Drei Sterne. Okay, wieso? Grund? Keine Ahnung. Bei mir steht Grundmord. Ach so, bei mir auch, ja. Ja, okay. Aber voll geil. Das ist eine Flasche. Schade, dass man sich hier nicht so wie in GTA Online später, was wir natürlich auch spielen werden. Also ich zumindest. Auf jeden. War nichts. Ja, los. Tuck dich. Von Baum zum Baum. Voll die Sneaker. Ja, komm. Einfach mit ins Gefecht rein. Ja, ich schieße jetzt einfach hier im Auto ab. Alter, wer schießt? Du schießt mich ab. Alter, ich werde ja abgeschossen. Oh, ich bin tot. Vier Sterne, vier Sterne. Ich kann die Leute nicht abballern. Nee, ich glaube, das sind Admins. Die kann man nichts einhaben. Verdammt. Das ist so unfair. Das darf nicht sein, Alter. Wir sind in keiner Deathmatch-Zone. Und der hat Aim-Bot, Alter. Ohne Witz. Nee, doch nicht. Oh, dann könntest du da mit dem Bun enden. Flüchtig oder, ne? Ich liege tot. Nimm mich mal mit. Ja, genau. Ich bin tot. Bitte helfe mir über die Straße. Der ist in der Deathmatch-Zone. Genau, ich konnte ihm nichts anhaben. Wie unfair ist das? Das war keine Deathmatch-Zone, Alter. Ohne. Scheiße, und wir haben Leute da umgebracht. Das ist echt nicht gut. Ist gut. Ja, und dann werden wir gebannt und kommen nicht nur in den Knast. Verdammt. Oh, fuck. Und ich selber wollte mal Polizist werden. Ja, alles kannst du jetzt vergessen. Ja, alles kann ich sowieso schon vergessen, Alter. Du hast schon mehrere Sachen getan. Ja. Ja. Äh, ja. Ach, egal. Bin dann... Ich bin ohne ehrlich. Oh, ja, klar. Fahr noch mit dem Motorrad über mich drüber. Kein Problem. Mhm. Ich be... Ja, ich warte jetzt hier noch den Behandlungsfortschritt ab. Und dann können wir die Folge auch wieder beenden, denn... Keine Ahnung, bis wir... War noch die Folge? Ja, der war wirklich geil. Muss man sagen. Ich muss sagen, oft dann gehen wir dann nochmal jobben, weil jetzt haben wir gar nichts mehr. Wir fangen gleich mit neuen Accounts an. Echt? Nein, kein Fall. Kein Fall. Könnte man auf jeden Fall einfach... Man könnte den hier speichern, aber man könnte gleichzeitig einen anderen haben. Ja, ja. Einfach nur Namen ändern immer auf Einstellungen. Ja, ja. Und du kannst das Auto verkaufen kostenlos, wenn du es noch hast. Ich wurde gebannt. Für ernsthaft. Für 200 Stunden. Yo. Geil. Aufatmens, aufatmens. Wow. Nein, ich noch nicht. Ich bin noch drin. Ich lock mich jetzt aus. Okay, das war es. Für diese Runde und für die nächsten 200 Stunden. Ich stelle einen neuen Account an. Dann fangt neu an, oder? Keine Ahnung. Geil. Du bist auch gebannt. Ja, ich denke auch. Guck, da steht Grund. Sudden Deathmatch. Minus Deathmatch und Admin. Sie haben die Augen geschossen. Ja. Oh, geil, geil. Das ist mein erster Bann auf diesem Server, okay? Ja, meiner auch. Aber es hat sich gelohnt, ganz ehrlich. Wollt ihr auch gebannt jetzt, oder? Ne, ich bin einfach jetzt rausgegangen, aber bestimmt werde ich jetzt auch gebannt. Mh-mh. Alles herfakt. Was ist das dann? Egal, es war geil. 200 Stunden, wie viel sind das? Ist das eine Woche? Mh-mh. Länger. Oder? Äh. Ne, es sind, ähm, man kann ja grob sagen, zwei Tage sind 50 Stunden. Also circa eine Woche. Vier Tage. Ja, vier Tage, circa eine Woche. Boah, aber trotzdem, Alter, ich erstelle mir einen zweiten Account. Ja, das war's also. Das war's für diese Folge und für die nächsten 200 Stunden, wie schon gesagt. Wir sehen uns dann. Oder ich erstelle mir einen neuen Account. Mal sehen. Wir sehen uns dann bestimmt nie wieder. Das war so geil. Ganz ehrlich, ey. Ich feiere das gerade so. Na dann, bis irgendwann mal. Ciao.